Wir haben einen excellenten Schaden, das ist Sarah Lula, die einzige Lady hier in der Schadenbräne. Sie führt hier dieser Säge an in der 163 in der Tagesordnung auf 14, oder ist der Oder-Fürwig, und was macht den Schneider in der 181? Er wird auf der Flüge, dieses Geld-Grün in der Schadenbräne. Ja. 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 Der ist auf Platz 4. Ja. 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 Dafür Zahra. Spur oder Führig. Ja. 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 Also Eduardo, wenn er motto ist, Die Position vorhin, dann hat er die Bahn nicht eingefahren, aber ich habe nur ganz Sportfahrt gewesen, die Position und Position vorhin, sehr gut leidend, wenn ich's vor oder völlig auf Platz 3 mit 480 und wenn es Schneider als vierplatzierter, dann geht's.